Ich grüße liebe Zuschauer jetzt doch noch mal vorab an dieser Stelle, nämlich die Beschau des US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar aufgrund jüngst erfolgter Ereignisse. Wir hatten es im Deviseradar in dem Webinar von 15 bis 16 Uhr erst just besprochen, Kanada hier heute eben vor dem Leitzinsentscheidungsevent und auch wenn sich die Geister streiteten, ob es eine Zinssenkung oder nicht gibt. Die Bei-Belassung bei 0,75% war durchaus eine favorisierte Annahme, die sich aber letztlich nicht auflöste, denn Kanada senkte den Leitzins auf jetzt 0,5%. Also noch mal eine Senkung und wie reagiert der Markt darauf? Das sehen wir hier recht deutlich im Stundenchartintervall. Hier gab es jetzt erstmal einen schönen Spike, einen schönen Move von über 100 bis 120 Pips nach oben. Der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar entfesselt sozusagen hier starkes Momentum und insbesondere jetzt interessant, dass wir hier ein neues Mehrwochenhoch gemacht haben. Also hier deutlich rausbrechen. Das ist sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt natürlich auch in einem überkauften Bereich reingelaufen, der natürlich nach oben auch noch ein Stück weit Spielraum hat, aber grundsätzlich sind wir jetzt hier in einer relativ heißen Situation, dass sich das nämlich hier auch trendbestätigend weiter hochschaukeln könnte. Dazu hatten wir im Devisenradar auch unlängst, im Devisenradar-Webinar, uns den Wochenschart mal näher angeschaut. Und hier gab es viele, viele Anleger und auch Trader, die gerade aus dem angelsächsischen Raum hier im Bereich unterhalb von 1,28 Short-Positionen aufgebaut haben, eben vor dem Hintergrund dieses Horizontalwiderstandes, den wir hier sehen und der eben unlängst auch einige Male bestätigt wurde, zu dem auch etliche Divergenzen im Chart zu ersichtlich oder besser gesagt ersichtlich waren. Und das sehen wir auch jetzt hier noch sehr, sehr schön. Und die Annahme, dass der Markt aber doch noch hier eine weitere Übertreibung feiert und sogar hier das Niveau von 1,3064, hier die hoch zum Zeitpunkt der Finanzmarktkrise temporär überschreitet, halte ich für durchaus möglich. Dann jedoch könnte ich mir hier sehr gut vorstellen, dass wir eine Reaktion nach unten sehen. Ein Manöver, das dann hier den Preis wieder zurückführt und jetzt natürlich nicht direkt hier in noch frühere Regionen aufblasen lässt. Denn wenn wir uns den Chart jetzt hier mal ins Jahr 2003 zurückziehen, dann sind hier nach einem Anstieg über 1,30 durchaus, und jetzt spreche ich natürlich über langfristige Niveaus, aber langfristige Preissteigerungen bis zur Marke von 1,40 denkbar. Das ist durchaus möglich. Dass das natürlich hier wie an der Schnur gezogen jetzt passiert, kann ich mir fast nicht vorstellen. Vielmehr eben hier einen Ausbruch, ein Überwinden der Hochs aus 2009. Dann entweder so ein Tiefenrücksetzer oder aber auch nur marginaler Pullback, um dann letztlich, den Fad jetzt hier hinzufügen, dann sogar hier den Weg Richtung 1,40 einzuschlagen. Unglaublich aber wahr, die Stärke des US, das ging über den kanadischen Dollar, ist hier sehr, sehr offenkundig. Und insofern sind hier sicherlich viele Marktteilnehmer auch auf den falschen Fuß erwischt worden, die eben hier auf ein weiteres Halten dieser Widerstandsmarke um 1,28 spekuliert haben. Das scheint jetzt gerade mit der Leitzinssenkung passé. Auch Janet Yellen war ja in der Pressekonferenz und hier wurde in Aussicht gestellt, dass im Jahr 2015 durchaus die US-Notenbank eine Anhebung eben favorisiert. Und das sind im Prinzip zwei komplett konträre Seiten. Kanada senkt Leitzins, USA hat zwar noch nicht gemacht die Anhebung, aber redet immer davon. Und insofern dürfte dies hier den US-Dollar gegen den kanadischen Dollar weiter beflügeln. Unglaublich aber wahr, die große Untertassenbildung der Jahre 2009 bis 2013 ist vorbei, ist beendet. Und so wie das aussieht, hat der US-Dollar eine Renaissance für sich gerade gegenüber dem kanadischen Dollar. Ja, meine lieben Zuschauer, das wäre es kurz gewesen. Die Beschauung zu den aktuellen Umständen, Gelegenheiten, Gegebenheiten hier über den Teich sozusagen. Der Looney, also US-Dollar, kanadische Dollar scheint hier weiter auf dem Weg in den Norden zu sein. Glückwunsch an alle, die, die schon hier auf eine Leitzinssengung spekuliert haben. Alle anderen hatten hoffentlich rechtzeitig den Stop platziert, beziehungsweise waren vor diesem Event gar nicht erst investiert. Ansonsten Chancen gibt es immer wieder. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ihr Christian Kammerer und ciao da war mal.